ich stelle mich an ein fenster und wichse und weine dabei meistens wenn es regnet das tut mir leid für dich das ist so depressives wichsen mit einer hand am fenster rausgucken gegen die scheibe atmen und wenn er dann fertig ist dann ist er ein richtig lauter weil brocken durchkommen steine nähe da gewöhnt sich nicht dran also ja also ja die brocken aber da gewöhnt sich nicht dran wissen da unten der kevin ja ich hab den sack da erschossen der stand da so spektrum er hat den sack erschossen da muss man aufpassen da muss man aufpassen janz gewaltig aufpassen da Peter warum guckst du dich so komisch an an dich doch der hat Peter bist du gemutet Pascal hat mich fast zu Tode gebrannt leuchten bei euch die Bilderrahmen ja bei mir leuchtet nix bei mir ist auch meine Pistole grün meine Pistole ist auch am leuchten Achtung Peter auch da ja connection problem ja hab ich gehört ja Peter Peter ich bin in 20 Sekunden Peter ich höre dich Sabrina liegt da unten die ist gestorben Peter ich höre dich ja in 20 Sekunden fliege ich raus das letzte Bild was ich gerade sehe Stefan der hinter mir im Flur steht und Andi der hier hinterm der da wartet dass wir da rauskommen du stehst tatsächlich jetzt steht da Taurus spielt Garry's Mod ja spielst du das du darfst mich nicht erschießen sonst tötest du auch einen was hast du gesagt nein was geil nein nein aber du hast sie doch selber weh getan ja mit ja vier echt nur so wenig schlotz auf mich aus bist du es nein sicher nein ist dann noch wer gestorben das hat irgendwas gehört Stefan bist du es nein dann geh weg okay danke äh hier ist Stefan ist es hä wieso Stefan hat eine Fallgrube beim Andi aufgemacht wurde ja der hat auch gerade einen Bummererang auf mich verkackt das stimmt überhaupt nicht lass mich machen hört auf ich bin schon tot genau so ist das richtig ja dann müsste er den Peter mal wieder einladen oder kann ja das geht jetzt nicht der kann jetzt drauf kann er nicht einfach join naja Kevin hast du das mal nicht mitkriegt wenn der eine rausfliegt dann geht das nicht mehr glaube ich oder Peter versuchst du weiß ich nicht ich mein Pascal ist doch auch später dazu gekommen der kam später dazu aber der ist nicht rausgeflogen ja ich habe einfach den Link geklickt den äh an die mir geschickt hatte es geht nicht aber macht den Hut zu Ende ja ok und Similistraider wie immer ja Omnitr blood of two innocent souls kann auch ja das ist doch bestimmt ein Hinweis hier kann man doch bestimmt irgendetwas machen ok da ach jetzt schiebt man Pascal bitte nicht so böse auf den Tisch hauen du hast geschossen ich dachte du hast nicht getroffen oh du warst der Trader haha gut ja dann ok Pascal war Trader Pascal das war wirklich das sollte kein random kill sein weil du hast ja auf mich geschossen Andi und Sabrina was ist mit Sabrina Kevin liegt hier tot äh Andi Du kleine Sau Sabrina ist AFK Puh Na bin ich wieder Andi ist tot oder was Äh Ich hab gegen die Wand geschossen Oh Ich lebe hier aufs Hahahaha 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 Hups Gibt's schon Verdächtige? Ich hab nix mitbekommen Äh Ja Stefan Der Stefan rennt hier irgendwo rum aber der hat sich stumm gestellt Ne Also der tut so aber der ist nicht stumm Ja der redet ja einfach nicht Ist der da? Ne Ich hab eben mich selbst umgebracht indem ich auf der also in der letzten runde indem ich auf der Brücke stand und die Brücke rausgelöst hab also die weg geht Warum machst du denn so einen Scheiß? Wollte ich das nicht tun weil ich das weil ich einfach gedrückt hab und nicht gelesen hab Hahahaha Hahahaha Was seid ihr Schweine? Hahahaha Sabrina meine Leiche lag in der Tür du bist drei mal draufgetreten Echt jetzt? Hahahaha Hahahaha Ich hab das gesehen Ja hab ich gemerkt Hahahaha 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 Ich steh gemütlich neben Stefan und schiezt auf die Schrift und was macht Stefan dreht sich umknall Hahahaha Hahahaha Ja ich dachte du hast dich getroffen aber ich hatte ja auch recht Hahahaha Ich hab dich doch gar nicht getroffen Hahahaha Ja richtig Hahahaha Machst du denn sowas? Aua Hahahaha Da war Feuer Hast du grade in den Ofen gelaufen Das ist ein Kamin Kevin kein Ofen Hahahaha 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 Da kann man drin backen, also es ist ein Ofen. Da kann man drin schwimmen, also es ist ein Ofen. Ja. Warum stirbt der nicht, aber der... Was ist denn da unten los? Was macht ihr denn da? Wo kommt denn jetzt die Weihnachtsmusik her? Alter. Ne, das muss beenden. Da ist ein frohes Weihnachtsmusik. Das muss beenden. So Leute, irgendjemand ist Trailer schon oder was? Ich weiß auch nicht, oder wird der noch gewählt? Äh, nö, man müsste auch so auf jeden Fall schon sein. Ah ne, warum wirfst du mit Granaten um dich? Und warum redest du nicht? Warum bist du gemutet? Was ist los mit dir? Alter, ich war gemutet? Ich war gemutet, Alter? Ja, ich hab keine Ahnung. Du hast jetzt die ganze Zeit noch nicht gelabert. Ja, ich hab die ganze Zeit geredet. Nein, hast du nicht. Doch, aber ich hab mich gemutet. Ich weiß aber gar nicht, ich wusste aber nicht wieso. Also, also weg. Hier ist ein Schneemann. Kevin, guck mal links. Was? Irgendwo ist da Pascal. Ja. Der war, der hat das eben gesehen und hat nichts gesagt. Pascal, komm doch mal raus. Wohin denn? Da wurde, also, ne, komm doch am besten rein. Nochmal. 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 Nein. Das mag ich nicht mehr. Kommst du nochmal rein? Komm. Komm rein. Das war mit dem Tee. Komm jetzt rein! Reißt du so? Kevin, bist du es auch? Nein, ich hab Angst. Ich hab nur meine Diegel. Da. Das ist ne normale. Pascal, mach das nochmal. Nochmal. Nein. Kevin, nein. Geh weg. Kevin. Kevin, nein. Ich hab dich gewarnt. Oh, Mano. Gutwürdig, kein Will. Ich hab grad am überlegen, sag mal, wie viele sind wir eigentlich noch? Weiß ich doch nicht. Da ist jemand aus Discord rausgegangen, was weiß der nicht. Ich glaub, wir werden die ganze Zeit drauf erwarten, dass du den endlich stecken willst, nicht während ich den ablenke. Schweine. Wie gesagt, ich wusste nicht, wie viele wir noch sind, deswegen war ich erstmal vorsichtig. Dann dachte ich mir, yo, wir sind ja nur noch zu dritt. Ja. Hätt ich vielleicht auch mal gucken sollen. Ich werd nicht sagen, aber der Anja hat ja alle Lehrer getötet. Ja. Harder, nett. Nein, das war ich gerade eben. Andi, bist du wieder gemutet? Dir die Zauberei ist gar nicht geholfen. Okay. Ich hab die erschossen. Ich bin nicht gemutet. Warte mal, wie hast du den Sack in der Mitte umgebracht? Ich hab einfach in den Kopf geschossen, zweimal. Sabrina ist Traitor. Ich hab dir gerade eben ein ganzes Magazin in die Fresse geballert. Pascal ist bei mir, Pascal ist bei mir, Pascal ist bei mir. Guck mal, Kevin, siehst du diesen Weihnachtsbomb? Ja. Den hat Sabrina klar auf dich gefeuert. Ich hab den nicht bemerkt. Ah. Okay. Ich hab Sabrina getötet. Okay, also Andi ist safe. Dann ist es... Kevin ist auch safe. Dann ist es Zippe. Dann ist es Zippe. Definitiv. Safe call. Dann ist es Pascal. Ja, ey. Wie Kevin eben direkt draufhört, ne? Musst du irgendwas sagen? Kevin fängt es vor, weil wir schießen. Ja, ist richtig so. Sagt der Richtige. Ich hab nicht einfach direkt geschossen. Ich komm unschuldig um eine Ecke und werd von dir einfach weggerotzt. Nein. Ich hab noch gesagt. Nein, wir haben alle zusammen überlegt. Und ich hab auch gemeint, okay, der ist komisch. Bei euch war es jetzt okay. Ich verzeih euch. Wie Pascal einfach sagt er, der Kevin, ein guter... so ein Lakai ist. Ja, ist er ja auch. Wenn Stefan sagt, Zippe ist es, Kevin fängt zu fordern zu schießen. Ja, aber da war ja logisch, was er gesagt hat. Nö, du hättest du not schlüssig. Echt jetzt? Oh, tschö. Was geht denn hier jetzt wieder ab? Was war da denn? Der Anti hat den Stefan vor meinen Augen gemessert. Hä? Achso. Das gehört sich so nicht. Okay. Das ist jetzt Sabrina? Dann ist es jetzt Sabrina. Kann ich dir nicht sagen, das kannst nur du sagen. Wenn ich dir sag, es ist Sabrina, dann ist es Sabrina. Du wärst schon tot mit deinem Leben und ich hab volles und eine Schrotflinte in der Hand. Lass uns Sabrina jagen. Hast du auch wieder recht. Das war eine Rüstung. Sabu. Ja. Bist du. Was hat ich noch fast geschossen? Da unten. Das ist ein Friendship der Verkackt. Wer war das denn? Ja, wer war das nur? Nö. Leugnet sie noch. Obwohl wir nur noch zu dritt sind. Aber wo kommt der jetzt her? Der ist, glaube ich, unter uns. Ich hab noch nicht mal Musik gehört, nur den Strahl. Ich hab auch nur den Strahl gesehen. Ein bisschen wackeln gesehen und den Strahl. Sabrina, wo hast du den denn gemacht? Gemacht. Ja. Einhörner. Das war die Frage, ja. Das ist schön. Gemacht. Hallo, Kevin. Jo, was geht ab? Du sagtest eben was von der Zugbrücke. Magst du da nochmal drüber? Nee. Also ich mein, da kann man ja drüber, aber... Wo ist die heulende Mörte? Ja, echt. Ist das die heulende Mörte? Was? Da ist was drin. Oh mein Gott, dein Ohr juckt, Alter. Oh! Was? Fick. Geht hier ab. Gute Ahnung. Und dieser Weirdo hier, der steht einfach nebendran. Ich hab's getötet. Was hast du getötet? Du hast die maulende Mörte erschossen. Und ich den Weirdo nebenan. Unglaublich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Finde ich auch. Wo bist du? Bei der Zugbrücke. Zugbrücke? Gibt's da Züge an der Brücke? Nee, nee. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Ja, Stefan. Ganz meine Meinung. Hier ist ein Bröckchen. 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 Alter. Wo seid ihr denn? Bröckchen. Ah, Bröckchen. Ah, du bist so... Ah, du bist so... Ah, du bist so... Es tut mir leid, ich mach mich so schreckt. Es tut so weh, erlöse mich. Nein. Du musst mit dem Schmerz umgehen können. Lass mich zurück. Atme in den Schmerz. Lass mich dein Schutzschild sein. Okay. Ach Gott. Ich meine, er wurde gerade was verkackt hinter uns. Oh, Leute. Ich hasse mein Leben. Nee, nee. Was war das denn? Was war das denn? Scheiße, ey. Ah, Mann, oh. Ich hab's grad her, das hat sich nah angehört. Ja. 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 Call. 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 Ja, save call. Ja, save call. Auf, ähm, die leeren Kräfte hier. Au. Die Schüler. Andi, du bist wieder gemutet. Ja, oder er sagt nix. Alter, was ist denn los? Hast du vielleicht irgendwie... Was für ne Taste hast du denn das gewählt? Stern auf nem Num-Block. Okay, das ist eigentlich ziemlich weit weg. Ja, ich weiß nicht, was da immer passiert. Echt komisch. Der mutet sich, wenn er tot ist. Und dann vergisst er das nachher wieder. Wegzumachen. Ich versteh sowieso nicht, warum er sich mutet, wenn er tot ist. Ja, ich versteh das auch nicht. Ich schon. Ich versteh das auch nicht. Nein, 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 nein. Weil da kann ich schlabern. Ach so, für die Leute, wa? Ja. Aber ich mach, dass mein Mikro halt sehr empfindlich ist. Ja, also... Ja, auch wenn ich irgendwas in den Chat schenke, würde das alles richtig krass hören. Ja, ja, dazu muss ich noch sagen, dass Feuer brennt. Ach so. Aha. Ah, gut. Ist das heiß? Ja. Meinst du, man kann sterben? Man kann, also jeder kann sterben, Theorie. Corona. Ah, Corona. Oh, nee, jetzt ist auch in meiner Aufnahme Corona drin. Sorry, 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 Kevin. Sorry, tut mir leid, 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 tut mir leid. Das ist in deinem Ernst. Das ist, tut mir leid. Du hast mich angeschaut, genau so. Stefan, hast du den getötet? Ich hab das gesehen. Stefan hat Pascal getötet. Alter. Genau so. Sorry, Kevin. Aber es war eine schöne Vorlage. Das stimmt. Alles klar, Leute. Das war wieder von der Folge. Und jetzt müssen wir einen Server neu starten, damit der Peter wieder mitmachen kann. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.